Herr Werth, müssen wir Büroinvestments zukünftig neu denken? Also wir glauben, dass sich der Investment Case für Büronutzung eigentlich seit Jahren bereits verstärkt. Die Projektierungsvolumina sind über die letzten zehn Jahre eigentlich zugunsten der Wohnnutzung und zu Lasten der Büronutzung ausgefallen, bei gleichzeitig festgestellten Rekordnachfragen für Büroflächen. Dementsprechend resultiert aus diesem Missverhältnis von Angebot und Nachfrage steigende Spitzenmieten, ein sinkender Leerstand und dementsprechend glauben wir, dass das immobilienwirtschaftliche Potenzial für Büroinvestments nach wie vor intakt ist und sich da dann auch kurzfristig nichts ändert. Welche Trends sehen Sie ganz konkret da momentan? Ja, schon den Trend dahingehend, als dass Büronutzer heute mit Sicherheit größere Erfordernisse haben, was die Aufenthaltsqualität insbesondere auch an allgemeinen Flächen betrifft. Das können Dachterrassen sein, das können Lobbys sein, aber auch die eigenen Flächen. Welche Produkte bieten Sie für institutionelle Anleger? Wir bieten institutionellen Anlegern Zugang über unregulierte Strukturen, das heißt klassische Joint-Venture-Partnerschaften, aber natürlich auch über regulierte Strukturen, das heißt Spezialfonds, Club-Deals, Individual-Mandate. Das ist das Advanced Stand Das ist die richtige Aufenthaltsqualität. Vielen Dank.